Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Und zwar war ich gestern auf dem Glück auf Tuning-Kultur-Tuning-Treffen in Dorsten. Und das ist mein kleines Aftermovie hier für euch. Allerdings ist das Ganze mit dem Handy aufgenommen worden, weil ich den Akku mal wieder vergessen habe. Kommt vor. Also, bitteschön. Bis zum nächsten Mal. 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 Ciao.